Herr Dr. Belsky, was halten Sie von diesem Arzt oder dieser Ärztin? Das ist eine Frage, die bekomme ich immer wieder per E-Mail-Anfrage, wo dann Patienten mir einen Link schicken von einer Homepage und mich nach meiner Meinung fragen, ob das ein seriöser Zahnarzt ist. Zuerst einmal, es ist unwichtig, was ich davon halte, viel wichtiger, weil es kann durchaus sein, dass ich von diesem Kollegen oder Kollegin nichts halte oder dass mich das nicht anspricht und der aber trotzdem gut arbeitet. Wobei ich natürlich weiß, wie diese Frage gemeint ist und wir zusammen uns Faktoren erarbeiten können, wie man einen guten Arzt ausfindig machen kann. Ich bin nämlich sehr verwundert häufig, wonach Menschen sich angezogen fühlen, wobei verwundern braucht es einen nicht, denn man sieht immer das an, was man gerade selber aussendet, in was für einem Bewusstseinszustand man ist. Das heißt, bin ich zum Beispiel ein Skinhead und gehe ich die Straße entlang und bei einer Gastwirtschaft sitzt ein Humanist und redet gerade mit einem Nachbarn, dann werden mich seine Worte wenig abholen, ich werde nicht verstehen, worüber er redet. Gehe ich dann weiter und gehe entlang eines nächsten Gasthaus vorbei, wo Skinheads sitzen und die eben miteinander reden und miteinander kommunizieren, dann wird mich das Gesagte viel mehr ansprechen, weil ich ja selber gerade im Bewusstseinszustand eines Skinheads bin. Ich will jetzt auch nicht über Skinheads reden oder diese Worthülse, das soll ja nur ein Instrument sein, dass wir uns klar machen, dass wir immer das finden, was wir gerade aussenden. Und wenn ich mir so anschaue, wonach mich dann Patienten fragen, wenn ich mir diese Homepages ansehe, dann ist vielleicht einmal wichtig, dass man sich klar macht, was erwartet man sich von dem Zahnarzt. Also ich würde mir erwarten, gesunde Zähne, Zähne ein Leben lang und Krankheit verstehen. Das heißt, wenn ich ein Problem habe, dann will ich wissen, wieso ist es so weit gekommen. Ich will es nicht mit lateinischen Kraftausdrücken formuliert bekommen, wo ich mich dann wieder nicht auskenne, sondern ich will es wirklich verstehen, weil nur so kann ich ja dann die Krankheit verhindern, das heißt gesund bleiben. Da ist vielleicht anzumerken, der Zahn war schon immer schlecht oder, na wissen Sie, der Zahn hat einen Haarriss oder, naja, Ihre Eltern hatten schon schlechte Zähne. Das sind bitte keine Erklärungen. Das ist ein tober Bober erfunden von Zahnärzten, die eben dann häufig schlechte Arbeit verschleiern, die vielleicht versuchen, einen Kollegen zu decken. Ich verstehe ja nicht, was das bedeuten soll, jemanden decken, denn wenn etwas nicht gut gemacht ist, kann man ja offen darüber reden. Und das sind also keine Erklärungen. Ein Zahn ist nicht schlecht oder ein Zahn hat keinen Haarriss. Das sind meistens ganz andere Dinge, wie es dazu kommt, zum Beispiel eben eine nicht optimale Wurzelbehandlung oder eine günstige Füllung verwendet oder die Füllung zu lang dringelassen und nicht rechtzeitig gewechselt. Das heißt, man kann alles immer ganz leicht runterbrechen. Und wenn ich mir so Homepages anschaue, da sehe ich Homepages, wo zum Beispiel Ärzte sich zeigen, wie sie gerade Yoga machen oder wie sie gerade Sport machen. Oder ich sehe Homepages, wo Ärzte ihre ganzen Titel hinhängen und ihre Fortbildungen. Oder ich sehe Homepages, wo dann Leute mit Krawatte und alles Bio, ja natürlich oder ganz seriös. Und ich habe schon so und so viele Implantate gesetzt. Und all das, da denke ich mir immer, was hat das mit meiner Zahngesundheit zu tun? Sprich, es ist mir egal, ob der Kollege oder ob der Zahnarzt Yoga macht oder was der in seiner Freizeit hat. Ich will eine gesunde Goschen haben. Und der kann rauchen, der kann leben wie eine Wildsau, der kann sich Drogen reinhauen, aber trotzdem ein perfekter Zahnarzt sein. Das heißt, was will ich denn da mit so einer Page transportieren? Im Endeffekt, ich will mich verkaufen und verkaufen muss ich mich immer dann, wenn ich selber nichts drauf habe. Wenn ich nämlich mein Fach verstehe, dann kann ich ja die Dinge runterbrechen, sodass auch ein Laie es versteht. Es gibt dieses Zitat, das Einfachste begreifen nur die Besten. Und das soll heißen, dass natürlich gibt es in jedem Fachgebiet, gibt es irrsinnig viele Mitläufer, die nach dem Motto des Kaisers neuen Kleider folgen. Und die verwenden dann komplizierte Formulierungen, die verwenden dann komplizierte Fachausdrücke, damit sie ihren Unwissen verschleiern. Und wenn ich also mein Fach und Handwerk verstehe, dann habe ich kein Problem, auch komplexe Zusammenhänge sehr einfach runterzubrechen. Und das würde ich mir von einem Zahnarzt erwarten, dass er auf seiner Homepage zum Beispiel erklärt, wieso die Menschen hauptsächlich die Füllungen da hinten haben. Oder, dass er erklärt, wieso eine Wurzelbehandlung ganz abgefüllt werden muss. Oder, dass man erklärt, wieso vor einer Implantation der Mund ganz rein sein muss. Also keine Beherdungen und und und. Das heißt, ich würde mir erwarten, dass ich auf der Homepage Informationsvideos finde, dass ich Aufklärung finde, gut verständliche. und nicht, dass ich dort dann sehe, wie jemand in einer Krawatte, Krawatte, ja. Man muss sich was umbinden, damit man seriöser wirkt. Ich meine, muss man sich zerlegen einmal, ja. Ich erwarte mir auf der Homepage nicht, dass ich erfahre, was der Arzt gerne frühstückt oder was für einen Sport er gern macht. Ich erwarte mir auf der Homepage nicht, ob der Arzt 20 Jahre lang verheiratet ist oder nicht. Das sind ja alles dann nur Dinge, die eigentlich dem Verkauf dienen, des Sich-Verkaufens, aber nicht die Erklärung des Fachgebietes. Und jeder für sich selber muss sich zu Hause fragen, bevor er zum Beispiel so eine E-Mail an mich schickt, du, ich auslaufe, was hältst du da eigentlich von der und der Ordination, dass man sich fragt, was erwarte ich mir selber? Was will ich von dem Zahnarzt? Es gibt so eine Bewegung, gerade in den USA, man findet sehr viele YouTube-Videos von Amerika, wo dann Ärzte stehen und dann sagen, ja, und der Patient kommt zu uns ins Spital oder in die Ordination und er bekommt Liebe. Er bekommt Zuneigung. Wissen Sie, ich erwarte mir nicht, wenn ich in ein Spital geliebe. Ich scheiße auf die Liebe. Aber was ich mir erwarte, Gesundheit. Das heißt, ich habe Steuergelder bezahlt für eine Universität, ich habe den Arzt finanziert, dass der seine Ausbildung machen kann und dann erwarte ich mir eigentlich, dass ich gesund werde, aber nicht Liebe. Da gehe ich ins Puff, da gehe ich körperliche Liebe und ist wahrscheinlich effizienter. Das heißt, man muss sich selber genau fragen und analysieren, was erwarte ich mir eigentlich? Und wenn zum Beispiel ich den Zahnarzt besuche und mir erwarte, Zähne ein Leben lang, so effizient und günstig wie möglich, die Dinge verstehen, na dann sind viele Homepages, die man so heute findet, disqualifizieren sich dann eh von selber und dann braucht man mich auch nicht mehr fragen, was ich davon halte, denn dann ist klar, von diesen Homepages ist nicht viel zu halten oder von diesen Kollegen ist nicht sehr viel zu halten. Und dieses Video mache ich jetzt nicht, ich habe auch keine Homepages genannt, dass ich irgendeinen Zahnarzt vernadere oder dass ich gegen jemanden Herz hinein. Ich mache es, weil wir Menschen, wir das Volk, wir müssen bewusster werden. Ich gehe in ein Kaufhaus und kaufe dort Essen und nicht verpacktes Gift. Ich erwarte mir dort, Essen zu kaufen und es ist eigentlich mühsam, dass ich als Laie mich dann hinsetzen muss und recherchieren muss. Ich würde mir erwarten, dass das Kaufhaus ganz offen und ehrlich deklariert, du pass auf, das ist billiger, dafür wird es bespritzt, dafür wird es so gemacht, das und das kann nicht bio sein, weil jeden Tag müssen fünf Tonnen Tomaten in den Kaufhäusern zur Verfügung stehen, das geht nicht mehr. Solche Informationen würde ich mir zum Beispiel von einem Kaufhaus erwarten und nicht diese blöde Etikettierung mit alles bio, ja natürlich, zurück zum Ursprung und dann ist eigentlich nichts dahinter. Und genau das Gleiche würde ich mir in der Medizin erwarten. Ich hoffe, ich habe diese Frage beantworten können. Was halten Sie von dieser Ordination? Es ist unwichtig, was ich davon halte, viel wichtiger ist, was sind Ihre Erwartungen? In diesem Sinne, alles Liebe.